Ah, jetzt geht's. Okay, hallo und herzlich willkommen zu Let's Play Battlefield 3 mit dem Mike. Schon wieder. Hallo. Und dem Fred. Ja, er spielt drin. Wir sind alle im Squad drin und ich laufe den beiden jetzt mal hinterher. So, alle zu dritt jetzt. Geh mir vom Arsch weg. Nee, ich laufe jetzt nicht her. Ich bin jetzt ganz nah schon. Ja, guck mal, wie das sich umdreht. Ha, guck mal, wir haben zu. Feindlicher Heli, ne? Wir ignorieren einfach mal den Heli und konzentrieren auf den Boden einhalten. Ja, Mann. Mike hat dir das Sagen übrigens. Was? Neuerdings, also der ist jetzt der, der führt jetzt auch meinen YouTube-Kanal, der sagt mir, wie, was ich machen soll. Ja, genau. So. Bin ja so sozusagen ein Manager für ihn jetzt. Ja, da soll ja auch gar kein Hilferuf gerade sein. Ja. Denn der macht einen tollen Job. Wow. Oh, verdammt, schicken wir den Stand fest. Ja, wir haben schon zwei Abonnenten dazu gewonnen jetzt. Ja, er zählt die Bilanzen. Ja, also ist schon ein Vorteil. So, Fred bleibt. Wir haben Fred verloren, Alter. Der ist hinten hier geliehen. Ich habe mich sehr geliehen, die. Du bist hier geliehen bei mir. Der ist bei uns oder der ganze Panzerunfähig gemacht. Oh, ja, dann ist der Kummer. Hat sogar was genutzt. Ja, er macht dir nichts, was nützliches. Guck mal, wir sind dir ganz sneaky, direkt an der Hauptstraße gehen wir mal eben zu A. Keiner hier, das ist irgendwie, das ist irgendwie komisch. Ja, das ist natürlich nicht. Ja, ja. Warten wir, die stehen in allem im Haus drin, typisch Franzosen. Was ist denn Franzosen? Oh, Franzosen. Franzosen. Ja, es ist keine eingedritten. Ja, anscheinend gehört, äh, ist in A. nicht so wichtig. Pff, schon nur am nächsten bei den anderen Bildern. Achto, Munitionskester. Freds oder? Ne, ich habe nicht einmal Munition verschwendet bisher, weil wir keinen gesehen haben. Das ist aber komisch. Ich habe C4 verschwendet. So, geschafft, ey. War das ein feindlicher Jet? Ah, okay. Ja, ich habe gar nicht geschossen. Ich habe nur gefragt. Wer ist denn an der Dingens? Du bist doch an dem Geschütz, du hast ja geschossen oder nicht. Fred ist am Geschütz. Gar nicht geschossen. Wie sich jetzt alle hier so verteidigen. Wie viel Scheiße. Ne, das war ich nicht. Raus da. Warte raus. Wie wir alles einnehmen. Boah, wir sind die Besten. Guck mal, ich bin einmal gestorben und bin trotzdem zweiter. Ich bin keinmal gestorben. Doch, ich bin einmal gestorben und bin vierter. Lügner. Boah. So, ich, wenn wir gleich weiterfahren, dann fahre ich. Ich will ein bisschen fahren. Ja, da steht einer am Fenster drin hinter dir. Ja, ja. Da steht einer am Fenster. Oh, Alter. Ah. Ah, fuck. Verdammt, verdammt, verdammt. Hab ihn. Oh, gut gemacht. Gut, fahren wir weiter. Jo. Hat er Munition. Wie der das hier so runtergeschmissen hat. Sind alle drin? Fly me to the moon. Ah, die nehmen gerade einen, das heißt, die sind abgelenkt, das heißt, wir können zerren. Kommen wir hier durch? Boah, ne, wir kommen gar nicht hier durch. Schade. Ich dachte, da kommen wir durch. So, Leute. Ich habe alles im Griff. Alter, ich komme hier nicht durch. Da ist jemand. Schieß ihn ab. Schieß ihn ab. Alter, ich bin nicht abgeschossen worden. Ich bin abgeschossen worden. Genau der Schütze. Verdammt, nochmal. Ah, so. Geschafft. Fred, du bist noch da drin, oder? Ja, ja. Komm da durch, durch jemanden. Ach, tja. So, Profifahrer am Berg. Merkt man ja sofort. Verdammt, nochmal. Oh, ich bin schon wieder geschossen, ey. Ich bin tot. Ich hab fünf Prozent. Ja, danke. Boah, ich bin ein schlechter Fahrer. Also, aber es ist lustig. Lol. Von wo kam der denn jetzt? Wat ist denn das für ne... Der stand... Der stand für die ganze Zeit. So. Wir sind alle drei tot, ne? Ich würde sagen, wir müssen starten. Ich würde sagen, wir joinen alle Dingens. Ach. Hallo, Erik. Hallo, Erik. Boah, das ist nicht echt nett von uns. So, wir nehmen grad C und D ein, oder wird das gerade eingenommen? Von irgendjemandem. Ich nehme A ein. Tschüss. Das wollte ich aber auch. Schwarte, nehme ich mit! Boah, Junge, Alter. Wie das... Wie... Wie epic das war, Alter. Du bist gefahren und ich bin eigentlich... Boah, Alter. Hast du noch die Explosion gefehlt? So. Pass auf, jetzt. Schön mit dem Drift hier rein. Pass auf. Boah, ja, komm. Boah, komm. Mach. Mach. Fred so... Voll der Drift und so. Bei mir sieht man das leider gar nicht. So. Erstmal, ne. Der Schritte. Echt? Ich glaube, das ist Fred, der hier rumläuft. Ah, ne, das war Fred, das war Fred. Ja, hab ich dir gesagt. Fred, Alter, mach uns doch nicht Angst. Mein Gott. Weil... Versetzt uns alle in Panik. Aua, Schüsse. Das war ich. Ich hab Fred abgeschossen. Ach, Mann. So. Schön am Geschütz. Guck mal, jede Position darf einfach machen. Einmal fahren, einmal schießen. Ja, find ich schon gut. Also, ähm... Das... Das ist... Das ist Teamarbeit, würd ich sagen. Boah, Alter. Ja, wie du fährst, ey. So nice hat noch nie jemand gefahren im Leben, ey. Hat noch nie jemand gefahren. Ah. Verdammt, ich bin tot. Ich hab nicht gesehen von wo, leider. Bestimmt war auch vom Haus irgendwo. Raus, 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 raus. Ja, vom Haus. Vom Haus. Von diesem... Ding da, Haus, ne. Aua. Ja, ich bin auch tot. Ah, warte, Fred aber nicht. Ja, ich hätte die ganze Zeit... Schon wieder dieser... ...Shutdown-Air. So, Fred. Was ist denn das für ein Arschkücher? Der ist hier. Ne, das ist ja gar nicht. Und tötet ihn. Der kommt gerade zu euch rüber. Echt? Auf jeden Fall hab ich einen anderen getötet, den ich hier wollte. Ich wurde von hinten gemestert. Der ist... Der ist... Der ist im Haus. Der ist von hinten gemestert. Da, wo du rausgelaufen bist. Oder Fred war's. Oder... Auf jeden Fall Mike oder Fred. Oha, 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 oha. Ich hab einen... Ich hab den Shutdown eher auf jeden Fall gekriegt. Aber den anderen, der... Diesen BF-Bass... Ja, der ist im Haus drin. Äh, warte. Was ist das? Fred, warte. Ich join nach und ich geh unten und klär mal die Sachen. Leute! Ich bin tot! Ja, du bist runtergefallen. Äh, nein! Ich wurde abgeschossen. Von dem... BF-Bass-Zot... Spaß, die da... Warte mal. Ich muss mal meine Klasse kurz hier anpassen und so. Bin tot. Alter, was... Was ist denn das? Weißt du, ich lieg neben Fred. Ich werd abgeschossen. Ja, das war mir auch so. Deswegen... Ich werd direkt abgeschossen. Mei... Na, was willst du sagen, ey? Was wollen wir jetzt wieder bei Fred? Fred hat er die beste Position. Was willst du sagen? Lass ihn weg. Ist noch einer da unten, boah. Warte, er kommt hoch. Er kommt hoch. Mit dritten. So, Mike, ich bin jetzt bei dir. Guck mal, alles wird er wieder belebt. Ich hab ein Visier jetzt auch mit ner Knarre. Endlich. So, als nächstes. Na, von wo? Du hast doch von der Wand... Du hast die Wand gebackt, man. Was soll denn das? Da gibt doch gar keine... Alter, der ist auf dem anderen Haus. Alter, der ist auf dem anderen Haus. Ich hab dich gerecht. Warte, 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 warte. Geh mich. Typ ist auf dem anderen Haus. Komm schon, geh. Warum geht denn das nicht? So. Boah, Junge. Wuhu. Oh, ich hab ein Granatenüberfeierer jetzt. Achtung, der ist auf dem anderen Haus. Auf dem anderen Haus? Ich gleich nebenan. Ah, okay, okay. Einen Moment. Ich seh ihn. Aua. Wo? Au! 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 Ey, in eurem Haus ist jemand drin. Der ist unten rechts von euch. Ich hab ihn. Nein, ich hab keine Muni mehr. Gut gemacht. Gut gemacht. Guck mal, wie wir zusammenarbeiten, Alter. Wir sind voll das gute Team. Nee, er hat mich getötet. Egal, wir sind trotzdem das Gute. Egal, wir sind trotzdem ein gutes Team. Ach, egal, wir sind trotzdem ein gutes Team. LOL, was hat der denn? 93R, was ist das denn für eine Waffe? Mein Gott, Mike, stell doch nicht alles in Frage. Einen Automatikpiston hat der dabei, Alter. Achtung, das Einsatzziel wurde neutralisiert. Over. Der ist im Haus drin. Null. Ach so. Oh, Leute, du bist ja tot, Alter. Nicht so gut. Wuhu. Wuhu. Ich hab ihn wiederbelebt. Hau ab da. Im anderen Haus. Der ist doch nicht gerade von mir, ne? Was? Nee, ich hab mit... Bei deinem Fred bin. Ja, ich bin einer auch Fred. Aber gegenüber diesem Haus drin. B ist wieder, äh, sind wieder ein paar Leute. Ich glaube, meine, äh, wir haben, ne? B verloren. Egal, ich bin am Geschütz. Alter, warum bist du hier gespawnt? Das verstehe ich jetzt aber nicht. Ja. Ach, äh. Ich... Ein Fahrzeug wollte. Ah, okay. Entschuldigung angenommen. Obwohl du dich gar nicht entschuldigt hast. Aber egal. Huuu. So. Der gehört immer nach uns. Lass es es. Lass es es. Fuck ich gar nicht mehr. Hahaha. Alter. Der dieses... Ich wollte gerade sagen... Das ist der Typ, der uns die ganze Zeit gekillt hat. Ich wollte... Äh, das soll mir, dass ich unterbreche, aber ich wollte gerade sagen, ja lasst jetzt mal zäh holen und BAM! Einfach so. Mann! Geile. Und das war gerade der Typ, der uns die ganze Zeit da getötet hat. Hahaha. Die hat ja mal versucht, die einzunehmen, ne, oder? Ich hab hier eben jemanden gesehen. Ja, anscheinend. Mann! Ah, von hinten! Der steht, ähm... Da liegt noch eine Mine. Willst du mich verarschen? Der steht draußen. Mann! Alter, der ist ein Arsch. Weiß ich bin jetzt zweimal am gleichen Ort von der Mine getötet worden. Hahaha. Alle zu D. Ja. Ich bin jetzt, äh... Komm in unser Auto rein. Ich bin grad direkt direkt bound einfach. Lol. Ja, stimmt. Ist ja auch irgendwie... Ja egal, wir kommen mit dem Geschütz an. Einfach mal draufhalten. Hallo! Aua! Aua! Okay. Boah! Ich bin tot. Die stehen auf jeden Fall da hinten. Der steht bei den Containern. Warte, ich spawne jetzt bei dir. Wieder. Der kommt rein! Der kommt rein! Der kommt rein! Aua! Achtung! Nein, da steht noch einer! Ja, ich bin ein Aufklärer. Ja, fuck it! Er ist hinter dir! 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 Hallo! Er ist hinter dir! Ja, 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 ich komme! Hallo! Ich komme! So! Gern geschehen, Alter! Dankeschön! Na ja, ich will mal ein bisschen Dankbarkeit haben! Ne, Spaß! What the fuck! Alter, er ist ja gerade erster und zweiter, ich bin vierter! Nein! Ja, das ist halt so, wenn man einfach nur scheiße ist! Nein! Nein! Warte! Von Helikopter erwischt! Von Helikopter erwischt! Von Helikopter! Ich auch! Aua! Tja, ich wollte ja auch von Helikopter erwischt! Das das Achtung, kam zu spät! Ach man, ey! Weißt du genau, was er sagt? Achtung! Genau, in dem Moment kipp ich um! Boah, erst mal ein Jet einsteigen! Alter, ich fällig jetzt mit dem Jet los! Ich kann das wohl nicht, aber ich werde das jetzt einfach tun! Ich bin hinter dir! Flieg! 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 Scheiße! Hahaha! Oh, oh Gott! Warnung! Ins Kampfgebiet zurück! Drei, zwei, eins, tot! Toll, Alter! Oh, Leute! Oh Gott, ich bin tief! Ja, ich hatte Pech! Ich habe Selbstmord begangen! Ich komme einfach nicht mehr mit diesem Leben zurecht! Der dauernde Krieg, also das geht gar nicht! Oh Gott! Sofried, ich bin bei dir! Wir haben alle Punkte fast verloren! Da flieg ich lang! Wow! Leute, du bist ja bei uns hier eingestürzt! Du bist genau in den Tankluster eingestürzt! Alter! Alter! Ich wusste nicht mehr, wie ich jetzt steuern sollte! Weil ich lag auf dem Coup! Ich war auf dem Coup! Ich wusste nicht, wie ich jetzt... Das war so geil! Ich und wir und Fred laufen auch noch! BAM! Direkt neben uns! Der Heli hat mich übrigens getötet! Der ist bei dir, ähm, Fred, ne? Ich weiß! Oh! Er ist weg! Nice! Wer hätte ihn denn geholt? So! Ich bin wieder bei dir! Fred, sag zu wenig! Weil der sich so konzentriert! Der ist einfach der Beste von allen! Der konzentriert sich! Oh! Hast du die Explosion gesehen? Boah! Hast du die Explosion gesehen? Guck mal da hin! Boah! Leider nicht! Das hätt ich jetzt auch noch gesehen! Ich brauch hier! Oh! Wo bist du? Hab ich nicht! Fuck! Ich hab einen Grandatenwerfer ausgewählt! Stattdingens! Das tut mir echt leid jetzt! Oh Gott! Wir nehmen D ein! Die erste! Wir nehmen C ein! Und D auch! Drück mit unserer Vorsicht weiter vor! Over! Ja wie? D ist doch verloren! Ich dachte, du hättest das eingenommen! Also, oder du woll... äh... Hast du gesagt? Die nehmen das ein! Oh! Dammit! Dammit! Nein! Ich bin tot! Fuck! Wir verlieren das! Gar nicht geil! Ah! Quatsch! Immer optimistisch bleiben! Das ist... äh... Das ist... Der Weg zum Erfolg, ey! Ja, ich bin jetzt bei dir! Jett! 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 Ich weiß! Deswegen geh ich jetzt rein! Boah! Comeback, Alter! Soll ich dein Fahrzeug reparieren? Ah! Panzer! Aua! Polenzen! Fuck! Da bei dem großen Tor oder bei mir vorbeigelaufen! Die kommen alle rein! Weißt du? Drei Leute! Und dann lag ich auch schon! Und Fred ist ganz alleine und wieder ganz ruhig! Der klärt das alles, ey! Der ist ja... äh... Retter in Not, würd ich mal sagen! Fred, komm schon! Du schaust uns! Du schaust... Ja, komm, wir gehen jetzt hinterher! Wir gehen die mir jetzt... Wir gehen die mir jetzt... Wir gehen die mir jetzt die ganze Zeit stur hinterher! Das ist ein Plan fürs Leben! Da hinten ist einer mit Tag Light! Mhm, mhm... Ja, der schießt mich gerade ab! Ich hab... Ich hab ihn, äh... Markiert! Und ich bräuchte mal einen Medikid! Äh... Ja, ich hab keins, leider! Schmutz hat der nicht! Der hat ihn doch markiert! Da ist er! Unten! Der hat mich getötet! Wer hat dich getötet? Der ist ja immer noch! Der ist ja immer noch! Ich beobachte mal die Ecke da hinten! Vielleicht steht der da immer noch so! Egal, wir haben C! Auf zu... Äh... B am besten, oder? Ich hab ein Fahrzeug! Ich lau... Ich lau... Ich lau... Ich lau... Ich hab einen Granatenwerfer, aber wir nutzen ihn nicht! Ich sollte das doch mal tun! Ah, wir hupt ihn hier schon wieder! Oh lol, das ist ein Gegner! Hey! Lass mal ankommen! Kannst du mal aufhören, mich zu verwirren, Alter! Ich denk also, das ist ein Gegner! Wolltest mal abknölen! Der hinten Fallschirm! Oh! Oh! Da oben! Ja! Hab ihn! Boah, Alter! Du bist ja... Boah, Alter! Boah, Alter! Wie gut du bist einfach nur, leck mich fett! Meine Güte, ey! Das... Das würde ich sein lassen, Fred! Boah, gegen Fred kannst du einfach nix sagen! Der ist einfach... Der Premium... Premiumste Spieler überhaupt! Diese Steigerung vom Premium gibt's nicht, aber egal! Ey, B wird wieder eingenommen, das sind zwei Gegner! Na dann, äh... Du kannst ja, du bist ja der Profi! Grenate! Ey, ich bin grad gestorben, weil ihr nicht da wart! Das ist jetzt nicht unsere Schuld! Cheat das bitte nicht auf uns! Fred, bitte! Wir... 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 Wir sind wenigstens dabei, was zu erobern wieder einmal! Ja! Ja, anstatt B zu verteidigen! Hey! Warum verteidigen, wenn man angreifen kann? Ich weiß, ich bin einfach mal neutral! Ihr könnt das jetzt ausdiskutieren! Beide haben gute Argumente, aber... Ich bleib mal neutral! Was willst du tun? Komm schon! Toll! Da schießt wer! Das bin ich! Bramische Theorie! Er ist Traitor! Nein! Nein, ich bin kein Traitor! Jetzt zu B! Jetzt zu B! Ich bin doch nur... Ich bin doch nur ein Russe! Guck mal, das wird doch jetzt eingenommen! Siehst du? Mike... Ach, ähm... Nicht Mike! Fred, siehst du? Wir haben... Verdammt nochmal! Fred, siehst du? Es wird eingenommen! Das war genau unser... Unser Plan! Den wir machen wollten! Wir wussten, dass es passiert! Das war alles geplant! Taktisches Denken! Weißt du, du kannst denken? Und dann noch taktisch? Okay, fick dich! So, jetzt geh ich zu C! Weil B eingenommen wird! Ich bleib bar und deff das! Wenn jemand kommt! Außer wenn ein Panzer kommt! Dann versuche ich, um den Panzer drum zu laufen, den zu verarschen! Dammit! Soll ich denn mit C ein? Oder C wird weiter eingenommen, obwohl ich hier bin! Ich kann doch nichts! Weil hier mehrere sind! Und ich wird gerade wieder umgebracht! Das ist offiziell, ich bin der schlechteste Battlefield! Umgebracht ist immer so ein schlimmes... Ja, das ist echt... Das ist immer so ein schlimmes Wort! Ich hab dem Typen gerade ein paar Kugeln in den Arsch geschoben, aber... Das Geile ist, ich bin einfach so schlecht und bin der Zweite! Ich hab 316! Ich meine... Alter, wie schlecht ist unser Team bitte? Also, abgesehen von euch jetzt, aber trotzdem! Ich bin dritter, ne, vierter! Alter, ich hab 312! What the fuck! Ja, be... Dingens, besser als 316! Ah! Ah, fuck, ey! Noll! Noll, da war er doch! Noll! Scheiße! Wo das passiert? Alter, die sind da alle! Der war neben uns und hat wahrscheinlich auf den Heli oben gezielt und hat vor Schreck runtergezogen und wo... und wir wurden dann... Ja, ja! Nein, Fred! Alter, warum sagt ihr beide wieder tot? Die Frage ist warum bist du tot? Aha! Und warum spaut ihr nicht bei B? Weil wir in den Wagen wollen! Weil... Weil... Weil wir D-Deffen wollen, aber... Weil wir D-Deffen wollen! Das ist der Plan! Nee, nicht weil wir einen Wagen haben, aber wir D-D... hier, ne? Sag sie mal, ich! Wir sind schon voll die Noobs, ne, eigentlich. Eigentlich. Wir sind schon voll schlecht. Ich meine, Mike ist ja der Beste, der weiß. Ey, du bist vierter, sei mal leise. Au, wer schiebt mich an? Nein! Fahr nicht weg, das war alles nicht so gemein, bitte. Nein! Ach gut, dann geh ich eben zu C. Nee, brauchst gar nicht zurückzukommen. Nein! Nein! Jetzt so nicht. Geh weg! Geh weg! Hehehe Hähä! Da oben ist jemand aufm Haus! Wie der mich anschiebt, voll geil! Altaaa! Raus! Weg! Aua! Aua! Auf zu schießen! Ich krieg einfach nichts zu... Boah, ist das geil! Wir haben ein mobiles Medikit, Jungs! Wie ist das denn? Lol! Boah, ist mal bei Fredsborn! Wo kam denn der jetzt her? Ich fahr um die Ecke, rennt da einer an mir vorbei und merkt mich nicht. Find ich gut. Ich meine, wenn Fred schon so gut ist, dann muss es ja auch einen Grund dafür geben. Deswegen bleib ich jetzt bei dem. Bist du das hier tot? Wir haben das Einsatz hier, Leute! Oh, da bin ich tot. Ah, mach dir nichts draus, Fred. Ich bin auch gestorben. Falls es ein Trost ist. Nicht wirklich. Du bist AFK, Alter. Stopp! Bleib stehen! So! Ups! Guck mal, ich kann auch schießen, aber mal mit der Hupe. Ich kann Geräusche schießen. Geräusche schießen? Ich bin in dem A ein, die Ärsche. Ja, aber wir sind näher bei C! Ach so, deswegen sind wir schon bei A, ne? Ja, aber davor wären wir auch schon bei C gewesen. So, wo sind diese? Wir werden abgeschossen von einem Panzer, ey! Toll, ey! Boah, geil! Ich bin tot! Ja! Hab ich gar nicht gesehen! Ja, hab ich auch nicht! Der hat sich getarnt! Das irgendwie ziemlich schwer sein sollte eigentlich, aber gut, er hat sich getarnt. So, ich bin jetzt... Ja, so, zum Panzer wiegt er nur 10 Kilo maximal. So, ich bin jetzt bei Fred. Gutes! Ich bin von überhaupt geschossen! Wo werde ich denn abgeschossen? Warte! Fred, bleib bei uns! Ah! Mike, bleib bei uns! Achtung! Das Einsatzziel wurde einwillig! Nein! Ich bin tot! Ihr müsst mich wiederbeleben! Aber ich bin auch tot! Ich kann mich nicht wiederbeleben! Hier steht ja in der Ecke! Ich weiß! Los, beleib mich wieder! Wo bist du denn? Hinter dir! Wo denn? Achtung! In der Wand! Du bist in der Wand! Ich lebe doch! Ich weiß, du warst aber in der Wand! Das war komisch aus! Oh Gott! Wir werden hier voll beschossen! Wow! Fred macht wieder sein eigenes Ding, Alter! Ja, der geht wieder auf, äh, Solo-Tour und so! Also wollte ich eigentlich abschießen! Au! Wo ist der denn? Panzer! 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 Beleb uns wieder! Wo seid ihr denn? Beleb uns wieder! Ihr seid auf der anderen Seite! In der Wand! Ah! Ah! Was ist das? Ja! Nein! Ich habe einen wiederbelebt! Und zwar... Fred! Nein! Fred war gerade in der Evaluten gefahren! Ich würde überfahren! Ich wollte den Typen mit C4 in die Luft jagen! Ah! Warum spawnen wir wieder ihr, Alter? Ich spawn jetzt nicht bei Dingen! Was geil ist, wir haben jetzt verloren! Nein, wir haben nicht verloren! Optimistisch denken! Sorry, habe ich vergessen! Ja, ist so! Optimistisch! Ich wurde gerade befördert! Das heißt, wir müssen das jetzt gewinnen! Ja! Ja! Du wurdest befördert, weil wir verloren haben! Ich hatte die GZ 17C mit Schalldämpfer freigeschaltet! Also, das müssen wir jetzt gewinnen! Da gibt's n... Da gibt's nichts zu meckern! Das stimmt! Und auch keinen Weg drumrum! Das stimmt! Oh, da ist ein Gegner! Schön! Da war ein Gegner! Oh mein Gott! Oh ne! Der Wagen ist zwar kaputt, aber der Gegner ist tot! Boah! Aua! Aua! Ja, das beruhigt mich sehr! Oh, erstmal hier! Komm, spawner! Oh! Granato! Wo denn? Der lag da gerade! Oh! Die kommen ja gleich rum! Pass auf! Mal gleich vorbei! Warte! Ich hab'n Granato! Dann geh' ich hinten, du gehst... Ich geh' hinten, du gehst vorne! Aber so klappt das nicht! Da kommen sie! Ah! Da sind sie! Boah! Erstmal den Granatenwerfer! Bam, Junge! Scheiße! Ich bin schlecht, Alter! Was wir machen! Fuck, ey! Oh, er hat mich wieder... Aua! Aua! Er hat mich eigentlich wiederbelebt! Du, oder? Willst du noch? Nein! Maaa! Ey! Was ist denn mit dir? Ich bin scheiße! Hab' ich ja gesagt! Weißt du? Also ich riskiere mein Leben! Beleb' dich wieder! Halt' mal den Maul, ey! Jetzt müssen wir Schuldgefühle machen! Ist ganz klar Freds Schuld! Ich hab' verloren! Ich wurde befördert, ey! Dein Team hat verloren! Nee! Sag mal ein bisschen was mehr! Hm? Sag mal ein bisschen was! Bist du still? Ja, ja! Dein Team hat verloren! Ja! Nee! Nicht mein Team! Sondern Mike hat verloren! Toll gemacht! Au! Mal, ja! Ja! Sag mal mag dieесть mit deinem 4! Mit deinem 4,23! Ach, was. Easy. 4,23! Ja! Ach, verdammt, Alter! Ich bin echt scheiße! Ich stell' 67, ich wurde auch schlässig! Uh! Slimer freigeschaltet! Kein' Bock mehr! Ey, können wir morgen wieder aufnehmen? Ich habe gerade keine Motivation mehr. Nee, ich will echt nicht mehr. Komm, eine Runde noch. Nein, ich will nicht mehr aufnehmen. Bitte nicht. Zwing mich nicht. Doch, ich zwing mich nicht. Das ist ja nicht aufnehmen. Ja, trotzdem. Ich meine, Battlefield 3 ist gerade so weiße. Ich bin wieder demotiviert. Egal, Leute, wir sehen uns in der nächsten Folge. Wir sind ein lustiger Gary Smod. Ja, Gary Smod ist natürlich auch lustiger. Egal, wir sehen uns in der nächsten Folge, Leute. Haut rein bis dahin. Ciao. Tschüss.